Robert Hettig hat sich mit zeitgenössischer, gegenständlicher Malerei international einen Namen gemacht. Es sind vornehmlich Landschaften, Gesellschaften und Städteansichten, die der russlanddeutsche Künstler in Öl und Acryl auf die Leinwand bringt. Doch Hettig geht es in seiner Malerei nicht um eine realistische Darstellung der Motive, sondern um das Verhältnis von Farbe, Licht und Raum im Bild. So auch in seinem Werk mit dem Titel Stadtklang, das die Skyline einer Metropole zeigt. Alle Konturen und Details löst er hier zugunsten eines atmosphärischen Bildeindrucks auf. Die Gebäude werden durch ihre Unschärfe auf eine Impression aus Farben und Silhouetten reduziert. Die Wolkenkratzer im Hintergrund verblassen sogar fast völlig, wie in einem dichten Nebel. Im gesamten Werk Hettigs spielt die Musik eine zentrale Rolle. Im Atelier lässt er sich bei der Bildgestaltung und der Pinselführung von den Tönen und Rhythmen von Klassik und Rock inspirieren. Die Vibration der Farben auf der Leinwand entspreche dem Timbre der Musik, erklärt Hettig seinen Malprozess. Bei dieser Arbeit wird das eindrucksvolle Farbenspiel des Originals auf Aluminiumplatte und hinter Acrylglas hervorragend wiedergegeben. Diese Auflage ist auf 199 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017